Jungs, hier ist Mr. Mike. Heute mal eine kleine Verlosung. Und zwar möchte ich wissen, ob hier jemand den Crazy Legs Move kann. Gerne auch zweimal, dreimal hintereinander. Ist für mich immer noch einer der coolsten Tricks und Moves überhaupt. Er ist verdammt schwierig. Ich habe echt richtig viel Zeit an diesen Scheiß Move investiert. Also ich weiß, wie schwierig er ist. Den kann echt nicht jeder. Und wie gesagt, wenn ihn jemand kann, macht ein Video davon, schickt mir das und er kriegt sofort ein T-Shirt von mir. Ja, will ich echt sehen. Ich habe es bis jetzt echt noch nicht ein einziges Mal gesehen in Deutschland von den Deutschen überhaupt den Move. Würde mich echt interessieren, ob es jemand kann. Also nachmachen, hier kommt er, los geht's. Ja, so der Crazy Legs Move. Der hat es echt in sich. Ich habe bis jetzt in Deutschland noch nicht einen einzigen gesehen, der den gebracht hat. Deshalb hier verlose ich ein T-Shirt. Wer den macht, Video machen, mir schicken, will ich echt sehen. Weil ich weiß, wie schwierig der ist. Und ja, da musst du echt, ich habe so viel Zeit investiert in diesen Move. Echt schwierig. Also nachmachen. Hier gibt es nochmal das Tutorial. Habe ich schon mal gemacht. Schon ein bisschen älter, aber ja, da lernt ihr es immer noch in Slow-Mo. Und überhaupt habe ich es gut erklärt, finde ich. Ja, probieren, probieren, probieren. Nachmachen. Video hochladen, mir schicken, gewinnen. All right. Vielen Dank fürs Zugucken. Abo noch dalassen. Für alles Weitere. Euer Mr. Mike. Bye. 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 Bis zum nächsten Mal.